So, da bin ich wieder heuer, Tempo760. Hallöchen erstmal. Ja, heute habe ich mir vorgenommen, mal so ein bisschen die Briten zu machen. Ich muss hier noch ein bisschen die Crew leveln. Die ist hier noch nicht ganz so gut. Denkt man, das wird noch klappen. Wollen wir mal gucken. Ist alles ein bisschen besser klappt. Machen wir unsere persönlichen Reserven hier wieder rein. Nein, die nicht, gilt für eine Stunde. Dann machen wir die hier. Dann machen wir diese hier. Dann gucken wir mal, wie weit war kommt. Und dann fahren wir noch mal. Wir fahren mal. Mal gucken, wie es morgen so klappt. Morgen schon mal ein bisschen kreuz und quer gefahren, so ein bisschen. Das ist definitiv nicht ganz so gut. Dafür läuft die Nase. Ich rausgucke auch so schön. Ist auch herrliches Regenwetter. Es regnet Bindfäden. Das ist vorhin da prächtig. Aua. So. Mal gucken, was machen wir hier überhaupt. Was haben wir hier? Wir müssen die Basis erobern. Okay. Vom Vorteil, wenn wir auf dieser Seite gleich bleiben. Wir fahren mal hier oben auf den Berg hoch und gucken dann mal. Ob da irgendwas noch los ist, was wir machen können. Schauen wir mal. Achter Gefecht. Wir sind gelobt hier. Zwei. Der ist ein bisschen heftig. Ich glaube, der geht noch nicht an. Abfall ab. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Oh, was hier noch heißen könnte. Das könnte jetzt nicht viel werden, aber. Weil wir müssen angreifen. Wenn wir hier irgendwie nach vorne kommen Können wir es auch noch mal vor uns die Jungs Okay Der ist so schnell Ihr könnt uns aber gesehen haben Wahrscheinlich Da ganz hinten rum Okay So, drei Freunde Ich hab da was Das ist aber geil Komm, wir haben mal einen Kromwell Schuss drauf Oh Zweiten Kromwell So was Machen die denn so was hier Das ist so ätzend Kommt er dann Jetzt muss ich auf den zweiten Kromwell überschneiden Der nächste ist seine eigene Guck mal, ist der zweite Kromwell Was ist der zweite Kromwell durch ihre Panzerung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Servus. Ich getroffen, scheiß besorgen. Schauen wir mal, wie ich jetzt am Haus hier. Wir freuen uns, dass es so ist. Hier nochmal eins mit. Hier nochmal eins mit. Nehmen wir ihn raus. So. Der Schiff. Da muss ich mal erledigen. Hier noch nicht. Der Schiff. Ich kann das nicht. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff. Man obviously alles da drüben. Und es ist mutter. Fröhlich in die Basis. Mann Festsetzen So, wollen wir mal gucken Aua Wenn wir das Glück haben, können wir jetzt durchcappen Wir können jetzt gerade mal KV2 vielleicht noch mal holen Aber nein, wir cappen durch, wir haben gewonnen Hey, wir haben das erste Spiel gewonnen Ist das denn nicht toll? Supi Nicht schlecht So lange sind wir auch nicht verkehrt Ja, mein Daumen stehen wir auch nicht verkehrt Das hat doch was Das ist auch sowas von toll Herrlich Herrlich Schleimer Da war ja hier noch ein bisschen weiter kommen mit der Besatzung Über den hauptsächlich fahren Mit dem Komet So, gucken wir mal Das erste Gefecht war schon ganz gut Das erste Gefecht gewonnen So kann es weiter gehen So kann es weiter gehen Hmm Hmm Wo fahren wir denn mal hin Wir müssen in eine Stadt Wir müssen in eine Stadt Wir müssen in eine Stadt Also fahren wir mal in eine Stadt Wir müssen in eine Stadt Weiß es nicht Wir müssen in eine Stadt Wir müssen in eine Stadt Ok. Das wird deutlich. Ok. Klar. Das wird deutlich genug. Wenn wir mal hier in der meiner Luft fahren. Und mal gucken. Was wir hier vielleicht sowas machen. Das war ein Sau, du wirst gefühlt, dass dieses Gefecht hinten laufen wird. Weiß wir nicht warum. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ach ja. Wir haben sie böse erwischt. Wir haben sie böse erwischt. Wie können wir uns wohl durch? Ey. Das hat eigentlich keinen Sinn. Dann nehmen wir nochmal eine Munition wieder. Die Stadt ist gerade in der Stadt. Die Stadt ist gerade in der Stadt. Ich fahr mal da hinten. Vielleicht kommen wir irgendwas da an. Rausreisen vielleicht. Mal schauen. Gucken wir mal. Oh. Ich denke ich... Was das noch ein bisschen? Oh, wenn wir den irgendwo, wenn wir ihn gerade aufgebaut haben. Hier. Oh, was ist ein? Hälte wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Oh! Hallo, wer bist du denn? Okay. Das war doch sowas von kacke, Herrde. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, 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 Mann. Was heißt denn so blöd? Ich geh mal raus. Das lief ja gar nicht. Patu nicht hier. Ah, meine kleinen Kameraden sind. Ah, dann nehmen wir den hier mal. Wollte ich auch noch ein bisschen weiterkommen, ne? Kohle scheffeln. Das ist ja nie verkehrt. Wo ist das eigentlich alles so laut hier? Das müssen wir ja nicht machen. Ich geh mal runter. Ich geh mal hier runter, Freunde. Ja. 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 Aber das ist ja nie. So, jetzt sind wir auf dem Bad und Vorplatz jetzt mal lage checken check 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 steh frei ganz schlecht ganz schlecht seht seht s Das muss wehtun. Das muss wehtun. Das war's für heute. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh, scheiße. Ruhm und Vaterland. Überlaufen hier. Ui, toll. So wäre das nie was. Partou nicht. Nee, 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 das läuft nicht gut. Nein, das läuft nicht gut. Okay, von heute und morgen aus ist das nie. Das muss noch ein bisschen besser werden, Freunde. Ja, ja. Vielleicht läuft es jetzt besser. Mal gucken. Keine Artis, schon was gut. Kann man sich irgendwo mal hinstellen. Einmal auf einer Seite entschieden. Wurde zu schwer. Wurde zu schwer. Ui, da gibt es was. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Hey, 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 Autsch. Was mach ich hier? Das muss ich halt. Kann ich draufwirken? Was hier ist? Wenn ich mich nicht fange, dann hätte ich mich auch abgetan. das dazu okay aus boni mal ganz schön raus das läuft ja bei einem gefecht und fahr mal den hier mal oder den hier den fahrer können wir auch mal so ganz langsam weiter gehen ganz langsam mal gucken was passiert gucken wir mal ein sechser gefecht haben wir gucken wir mal wenn die heli route unten runterfahren schau mal mal den maschine Der Skoda schreit schon um Hilfe Bis wir irgendwo ankommen Haha Keine Ahnung ob das hier wirken Nein Geht nicht Wir kommen da viel lang Dann kann man es mitgeben Ach das kann sein Super Dann müssen wir mal her Wir fahren jetzt hier mal rein So So Der ist abgeprallt Der ist abgeprallt Der Freunde Angriff Wir müssen irgendwas machen Wir haben sie nicht mal angekratzt Kette verloren Wir sind bewegungsunfähig Das war weiter So Weiter geht's Wir haben sie nicht mal angekratzt Wir haben sie nicht mal angekratzt Autsch Autsch Das war die Adi Das ist so unfair Ja Das war die Das war die Das war die Das war der Ich habe die So, ihr müsst da hinten jetzt mal den Churchill ausnehmen. So, ihr müsst da rein, und dann geht es weiter, und dann geht es weiter. So, Churchill, der ist ja nun an der Rennrake, ich kann das sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind erledigt, raus hier! Okay, dumm gelaufen, hätt ich warten können. Hm. Mein Wahnsinn, ist das ein Stress. Hm, naja. So, dann gefällt ich dann über den hier. Ich muss ihn, wie gesagt, auch noch weiter voranbringen. Hm, so, wir müssen verteidigen. Gegen Achter. Na, gucken wir mal, was so läuft. Auf geht's! Oh! Wir haben noch ein Kombi. Okay. Nix wirkt. Wirkungstreffer! Feuererlaubnis erteilt! Wir haben das Ziel verloren! Wirkung! 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 Funktionstüchtig, los geht's! Okay. Da oben steht ja irgendwo eine Art. Kann man ganz geben. Da oben. Da oben steht die Art. Die Art, den kriegen wir nicht? Scheiße. Ach. Was soll der Geilste? Ich hoffe, das Aufpassen, der da irgendwo rumkribbelt. Los, gib Gas. Gib Gas. Nochmal gucken. Autsch. Autsch. Okay. Das war's halt nicht. Ja. Alles gegeben. Ich hab doch verloren. Ach, Mann, Mann, Mann. Was heißt denn so blöd? Ach, das kann sie laut sagen. Irgendwie läuft das heute nicht. Ja, komm, zu nochmal. Vielleicht kriegen wir nicht noch ein bisschen höher heute. Ja, ja, Popeye. Ein 6er-Gefecht. Ich denke, ich fahre noch fahren auf so einem Leuchtturm vielleicht. Guck mal, Mann. Vielleicht klappt's ja besser. Los geht's. So, wir kommen da hier lang. Ich spiel mir hier, ja. Uah. Volle Nacht, mal lüttern das Leute. Das macht ihr hier schon wieder. Der Gouvernander schreit schon wieder um Hilfe. Wie interessant. Ja, komm. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das muss wehtun. Oh, jetzt hat er auch nicht was. Nicht so schön. Autsch. Da war die Art. Autsch. 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 Lass das doch mal, Mann. Mann, hat er nicht kaputt. Ah, Mann. Das geht hier auch nix mehr auf. Ach so, das ist doch toll, dass da nix mehr aufgeht. 2, 1, das ist ja auch nicht so schön. Ich kann hier auch irgendwo was vorwerfen. Ich kann hier auch nix mehr auf. Ich kann hier auch nix mehr. Ich kann hier was machen. Ich kann hier auch nix machen. Wir haben sie böse erwischt. Kritischer Treffer. Oh, diese Kanone. Einzielen. Wir brauchen heute so lange. Und einziehen, 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 einziehen. Nicht mehr getroffen. Scheiße. Ich weiß nicht, ob man da rauskommt. Okay. 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 Ich bin zurück in den Flügel als Flügel fahr. Ich bin gleich noch alle Klammerlein. Geht der Sau schon mal raus. Ich bin zurück in den Flügel. Ich bin zurück in den Flügel. Ich bin zurück in die Flügel. Kette 2 durch ihre Panzerung! Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Kommandant rausgefallen! Kette wieder funktionssüchtig! Los geht's! Die kann ich nicht so erwischen! Scheiße! Jetzt müssen wir rum! Wirkungs-Treffer! Alle unserer Ketten ist zerstört! Wir sitzen fest! Wirkungs-Treffer! Kette wieder funktionssüchtig! Los geht's! Schausten! Oh, da war eine Frage! Scheiße! Oh, das war doch gar nicht gut! Aber noch eine Suche! Mann! Gibt's ja gar zu müssen! So überhand kann er sein! Oh, Mann ey! Er ist so ätzend! Ach ja! Komm her, komm zu nochmal! Mit deinem Kleeblatt! Hallo Fremde! Du Freund oder Feind? Gucken wir mal! Gucken wir mal! Ist der Herbst aus! Eine herbstliche Laschhaft! Ich fahr mal da rum! Ich fahr mal da rum! Bisher hat das Kleeblatt noch nicht viel Glück gebracht hier! Naja, vielleicht wird's ja noch! Komm schon, auf einen Schmerz! Das war ein Schmerz! Gucken Sie mal das! Okay. Bist du dich doch mal aus! L�� durch die Wiese aus! Das sind die Wiese aus! Die Wiese aus! Nacht Nacht! T stun, machen Sie noch! Aber bitte! Guck mal rein. Oh, was ist alles drin? Der ist abgeprallt. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Oh, ich war nicht gekriegt. Das ist ja ziemlich aggressiv gerade. Geht er da vor? Okay. Der ging voll durch ihre Panzerung. Mit dem Mutterkanon. Ah, die Skorpien. Der ging nicht auf. Oh, cool. Ich bin begeistert. Skorpi. Skorpi. Auch. Autsch. Der möchte ich da noch rein. Das ist auch satt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Mitgegeben. Na komm, trau dich. Warum? Was tanzt du denn so? Das ist eine inclust Quartor. Was ist schon fast? Was ist das? 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 Dass du das ist? Was ist das? Das ist ein Römer, nicht wahr? Das war's für uns. Raus hier! Da hab ich doch noch Feuer erwischt. So ein Mist aber auch. Schade. Lief eigentlich ganz gut so weit. Man merkt eindeutig, man muss schnell bei den Panzern zu besseren Kanonen kommen, dann klappt es auch. Aber, wir haben auch noch verloren. Ach du Scheiße. Ja, wir haben dafür gewonnen. Beim Comet können wir eine Modulforschung machen. Ja das dann, haben wir den Eee Den brauchen wir mit, komm her, erforscht So, wir brauchen 100.000 für den Centurion, ach du scheiße Ach du kacke Welche Reihe geh ich gerade? Die hier Na ja Hier wollen wir weiter unsere Mannschaften machen Und dann machen wir hiermit weiter Gucken wir mal Ach ja Gott, wir bekommen ja keine Müdigkeit Uah Ihre Unterstützung wurde angefordert Können wir mich haben Zug beigetreten Ja Passt Achtergefächt, wir müssen angreifen Ach, darf doch Das wird ganz schön scheiße werden Hey Wie ist das, du blöd, Mann? Was ist das, du blöd, Mann? Okay 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 K-2 Kost Geht Und A-2 Wirkungstreffer Wirkungstreffer Der ging voll durch ihre Panzer rum Gegnerfahrzeug ausgeschaltet Sauber Den haben wir schon mal raus Der ging voll durch ihre Panzer rum Der ging voll durch ihre Panzer rum Der ging voll durch ihre Panzer rum Okay Mann, mach mal grad geile Mati, schade, ey So So eine Art die Schäden stirbt Ich fau mal hier lang Wo ich es machen kann Schubi dobi dooo Upsa Da ist ein Ding. Schade. Aber geil gewesen. Und die Schaden gemacht. Das war doch mal eine geile Runde. Eine richtig geile Runde. Soll ich das unser Team eigentlich jetzt auch gewinnen? Denke ich doch mal. Da können wir noch mal drinnen bleiben. Hier ist ja nur noch ein Panzer. 1613 Schaden. So, wir haben gewonnen. Ist das denn nicht geil? Ich bin zwar drauf gegangen, aber... Super. Super gelaufen. Eindeutig Schlammer. Oh, hier. First Class haben wir gemacht. Wirkungsfeuer. Schlescher. Das können wir noch mal machen. Vorgaben. Bedingungen. Der besten drei Spieler. Ey. Der besten drei Spieler. Der besten drei Spieler. Wisst ihr wie schlimm das ist. Das haut ja nun gar nicht hin, ey Der besten Reißspieler Alte Scheiße, das ist ja toll Müssen wir eigentlich die Hellcat wieder auspacken, ne? So, verlassen Erstmal verlassen hier, zack, erstmal rausgehen Zack, so Wir fahren jetzt den Grommel Zack, und weiter geht's Und weiter geht's Wollen ja ein bisschen Bum Bum machen hier Bum Bum machen Ah, guck mal wie weit Bis jetzt hier läuft Ziemler-Gefecht Bis dann irgendwo Oh, fahr ich nochmal hin Oh, die Scheiße Ach, ich fahr mal hier lang Upsa Ich hab hier wieder zu Ich kann das Auto einstellen. Ich kann das Auto den Abänderung ... Ich kann das Auto einstellen. Ich kann das Auto einstellen. Ich habe das Auto eine Flinubs, aber ... Autsch, da war eine Zoo. Wie kann ich mich erwischen? Wie kann ich mich erwischen? Die scheiß Zoo. Staub machen. Oh, das war der T29. Den habe ich total übersehen. Oh, gute Feuer. Ganz doof. Das war ja ganz doof. Oh, das war ja Pro-Noob. Absolutes Pro-Noob-Verhalten. Ach du dickes Ei. Ach du Scheiße. Ach, Mann, 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 Mann. Na, dann fahren wir dir nochmal. Nehmen wir die Linie mal. Gucken wir mal. Ich fahr da lang. Alte Scheiße, ey. Oh. Huah. Das läuft heute aber gar nicht gut. Oh nein, 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 nein. Das läuft heute gar nicht gut. Befehlung! Irgendwann. Machen wir noch einen Weg Dann gucken wir mal was da gehen Nee Ist das gar nix? Ey, irgendwas schießt da Autsch Irgendwo ein E25 Und ich bin cool Zeig mir den noch mal hier oben Autsch Autsch Scheiße, die E25 schon wieder Das ist ein Terminal Und das ist noch mal Was ist das? Was ist das? Ich bin ja irgendwie ganz alleine, weil hier keiner mehr ist von meinem Team. Super. Aufgeraucht. Alles Noobs. Alles Noobs. Oh, was für Noobs, ey. Pro Noob Mega Channel geile Noobs. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Mal gucken, wer ist das hier. Oh, okay. 20% Trefferquote. Okay, was hat er hier? Den Krieger hat er schon. Okay. Der für Fahrzeuge, der gnädig. Ah, sortieren wir mal nach Stufen. Ach, der Premium, der Russen. Okay, der hat sich wahrscheinlich gekauft, den ESX. Okay. Ja. Wir machen weiter hier. Kromwell. Noch ein bisschen weiter die Crew hier leveln. Aber irgendwie kommt die nicht so richtig hoch. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin nicht da. Ja, ich bin auch bald nicht mehr da. Gute Stunde vielleicht noch. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Was müssen wir denn hier machen? Sechster Gefecht. Ich fahr da rum. Oh, jetzt fahr mal den Alad. Dann wird er lustig werden. Okay. Wir gucken mal. Wir legen uns ganz schnell mal die Praktik. Fahren wir mal anders lang. Oh, jetzt fahr da rum. Das muss wehtun. Direkt, okay. Okay. Oh, jetzt fahr da rum. Oh, jetzt fahr da rum. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Okay. Auch erledigt. Nicht. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gucken wir mal, was haben wir denn. Na, Bergpast haben wir auch verloren. Na, leider. Ein bisschen Schaden gemacht. Und überlebt. Na, sieht ganz gut aus. So. Na, 36% Siegquote erst. Na, dann müssen wir schon wieder kommen. Das ist immer noch bei 92. Der kommt irgendwie nicht höher. Da kommen wir... Oh, Mann, ey. Machen wir nochmal. Vielleicht klappt es dann ja besser. Jo, ich falle um hoch auf den Berg. Los geht's! Ich falle um hoch auf den Berg. Ja, ey, ey, ey. Ich falle um hoch auf den Berg. Autsch Autsch, da ist irgendwas Autsch, da ist irgendwas Autsch, 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 autsch Wir haben hier dieses Titel auseinandergenommen Wir wollen auf die anderen Seite Eindeutig Gar nicht gut Gar nicht gut Ja mach mal 100.000 bist du da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh gut, komm her, schaffen wir auch. Gott, oh 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 Gott Fähre los! Wir fahren mal hier mal vor. Ach, der Gefecht? Krupp sagt, hier schießt was auf mich. Hier ist ganz viel von komischen Sachen erzählt. Ich hab mich schon getrackt. Super. Oh, ein bisschen Unterstützung wäre nicht verkehrt. Scheiße, das haben wir nicht. Oh, ich hab meine Kette kaputt. Wir sind bewegungsunfähig. Kette repariert. Riesischer Treffer. Wir gehen voll durch Ihre Panzer. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Wir sind bewegungsunfähig. Das war für uns. Raus hier. Hier waren andere nicht zu viel. Ich hab mein Bestes gegeben. Meine Güte. Ja, Gefecht verlassen. Mach mal. Jedes Jahr die selbischen drei. Ach, ja. Krummel haben auch wieder verloren. Oh, heute läuft's ein. Mit den Briten verliere ich derzeit. Wie verrückt. Soviel am gekochten Wildschwein in Pfeffermintsoße liegt. Ich weiß es nicht. Oh, Mann ey. Das ist 34-Bahn-D-Quote. Ich will jetzt eine Orange fahren und WN8. Wenn nicht viel, dann will ich ein bisschen was. So, komm mal her. Ich bin ja hier. Bum 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 bum. Hm, der Line schwebt irgendwie. Kann das sein? Cool. Wir sind im 8er Gefecht. Super. So. So, fahre ich da lang. Und fahre ich die kleineren Kanonen entgegen. Mal gucken. Bewegung! Bewegung! Hey. WeINTELL0 Der ging voll durch ihre Panzerung. Okay, du passt da auf, gut. Jetzt haben sie mich aber voll und ganz erwischt. Keine Schmerz mehr zurück. Ich habe dir zuerst gedacht, das sehe ich ganz gut aus. Na ja, wir haben so ein bisschen was da kaputt gemacht. Ist ja nicht verkehrt. Keine von da drüben rüber geschossen, die Säcke. Das ist aber völlig uncool. Mama mia. Der hat bestimmt so einen kleinen. Wenn es läuft, das ist wieder gut. Abzeichneter Klasse wieder. Der ist bei den Comet wieder hier. Die ist ein Siebener. Das ist ein Siebener. Ach ja. Das haben wir jetzt wieder ein Siebener-Gefächt. Ich fahre mal zur Hütte hoch. Gucken wir mal, was wir machen. Lachen wir los. Selten wir... Hier, wo? Da gab's doch wohl nicht alle. So lange wollte ich noch zwei hier lachen. Rückendeckung gibt's, aber klappt das auch. Woopsa da! Woopsa da! Der ist weg. Verbounced, sehr gut. Wir haben sie nicht mal angekratzt! Haha, der ging voll durch ihre Panzerung! Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! So, kein Schaden noch. Wirkungstreffer! Na ja, umdrehen! Wirkungstreffer! Ja! Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Aber da ist bei uns der Rechte! Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Aua. 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 Der ging voll durch Ihre Panzerung. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie bloß erwischt. Fahr los! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. 0 in 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Der ein Spiel ist für einen Spiel. Jägen, nie, ich bin nicht abgeholt. So, auch wieder gut aufgeräumt, ach ja, upsala. So, auch wieder gut aufgeräumt. So, mal gucken. So, auch wieder gut aufgeräumt. 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 Da ist der Rudi. So, auch wieder gut aufgeräumt. Der Rudi, der ist noch. 428. Fast voll. So, auch wieder gut aufgeräumt. 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 Guck mal hier, Kampfes-Kumpel. Wenn jemand den Kumpel noch mal. Gucken wir mal. Was wir hier so machen können. Wir haben ein 7er gefecht. Ui toll. Dann fahren wir mal ein bisschen hinten rum. Und schauen wir mal was wir machen können. Gucken wir mal. Tausend rief uns immer noch. Weil es so schön ist das Wetter. Deswegen. Das ist das Ding. Und da kannst du den Kumpel fahren. Auch Kumpel. Was tut da? Lass mich da. Kumpel. Wir können auch nix wirken. Weil nämlich nix ist. Das ist mir auch so uncool. Wetter. Dann fahren wir mal. Guck mal. Guck mal. fahrzeug zerstört verhofft noch bei einer arti scheiße oh mann es klappt aber gar nichts mit den briten heute das ist klappt das nicht das haben wir noch verloren 26.000 jahre dann bist du jetzt würdig den kometern Wollen. Mhm. Ja, von wollten wir nicht da ein bisschen shoppen. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Ach ja je. Na komm her. Zug erstellt. Los geht's. Dann gucken wir mal her. Ich denke mal, da grünen halt wieder Ohrenklick auf die Mütze. Kommt sie noch nicht. Oh, oh, okay. Okay. Ich bin noch voll aufgefangen. Oh, ja, fanden wir vorher auf. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Ei. 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 Oh, nix. 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 Da können wir wieder reingehen. Von hier in den Weg. Aha, der ging voll durch Ihre Panzerung. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Ach, schade. Rief nicht gut. Ja, wieder raus. Meine Güte, ey. Ach ja. Möterei! Geil. Zug verlassen, genau. Oh. Oh, noch verloren. Oh, toll. Oh, die Schaden gemacht, ob man nicht Bums kümmert, aber trotzdem verloren. Oh, die Platzung kommt höher hier langsam. Seht ihr das? Sie kommt höher. Dann kommt hier gut geworfen, kommt hier gleich nochmal rein. Hm, 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 hm. Dafür kommen wir ins 9er Gefecht. Oh, toll. Hm. Mal gucken, was wir hier machen können. Ich habe das Gefühl, dass ich da zu viel entwicklen würde, dass die Dinger auf die Oh, das ist ja so, was ich jetzt. Ich bin jetzt hier oben alle aufgekommen. Ich kann auch von den hier begangen, was ich ausrichten. Er ging voll durch ihre Panzer rum. Die haben wir nicht verpasst. Die war. Autsch, jetzt haben sie mir eins verpasst. Der Sauersack. Oh, Entschuldigung. Keine Absicht. Oh, ein Löwe. Ich hasse Löwe. Mach nur große Löcher in meinem Panzer rein. Ich habe ihn schon mal gebraucht. Ich habe ihn schon mal gebraucht. Boah, da geht's tief runter, nicht gut Aber über da lang Ah ja, Noob Team, ah ja DS3 ist raus und sagt Noob Team, super Was haben wir denn denn, wird rausgenommen, voll abgeschossen und wir sind die Noobs oder was? Ich versteh das immer nicht Andere regen sich auch, als abgeschossen werden, bestimmt wird man die Anderen wieder als Noob Ich krieg die Kanunde hier runter Toll Super Gemächtig begeistert So, das machen wir gleich mal Da gibt's sicher keine Rennmaschine, da kommt Na komm Keiner Pummel, komm hier, hier Ups Ups Da muss ich's hier grad sein, hier haben wir so viel gestreut Ich mach mal einen Schuss drauf In dieser Ferne Natürlich nicht Weil da ganz unten in der Botanik drin ist Sollte ja eigentlich rauskommen, das ist ja gut Sollte ja eigentlich rauskommen, das ist ja gut Sollte ja eigentlich rauskommen, das ist ja gut Umgeistert ist ja nicht so ein Müllstandpunkt Komm Komm Er fährt kreuz und quer Das war für den Drücker Na los WZ komm wieder zurück Komm wieder zurück WZ komm Du willst jetzt auch kommen Komm her Komm Habe ich eins nochmal mitgegeben So, da oben ist jetzt noch der IS-3 Au 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 Ungeschossen Den Fall ist aber außers Umfeld, das wisst ihr Außer Da haben wir noch ein Löwe Okay Da haben wir noch ein Löwe Ja Irgendwie haben Ich und Tima bekehren gemacht Wetter ist schlecht Ich glaube, es war eindeutig zu viel Sand da Das wird sein Eindeutig zu viel Sand Äh, Sand Mein Wahnsinn, es ist ein Stress So, gucken wir mal Was haben wir denn nochmal Nehmen wir ihmchen hier nochmal So Wo sind wir denn hier? Im 7er Gefecht Okay Ist ausschaut 7er Ate gegen 7er Ate Könnte klappen Na, vielleicht mal hoch zum kleinen Bergdorf dort Schauen wir mal Lassen wir dann kurz mal vorbei Ja, komm wir kriegst du heute auf den Arsch Das ist ja schön Der hat mich lange eigentlich getroffen Wir sind bewegungsunfähig Der ging voll durch ihre Panzerung Sorgi läuft nicht hier geht auch noch was mit er kann schneller schießen als ich Scheiße mein Gedanke war gut aber völlig wieder mistig gemacht ach ne 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 läuft gar nicht gut hier komm ich auch nicht so richtig hoch oh wie toll ey komm her probieren wir jetzt dich schauen wir mal entschuldigung für das geknester gerade aber meine nase läuft zum blick läuft hier nicht so wie der regen draußen gerade schüttet ist auch ein vorteil so was haben wir nicht zu erledigen ich will schon beides erobern versuchen wir das doch mal ich werde mal das wohnen zu der bräuchchen fahren so kommen ich komme das rennt hier schneller kann er sein ich weiß es nicht so gucken wir mal so zwei bis auf diesen karten grössenteils immer nur freie warte es erobern das war ganz anders das war ganz letztendlich wenn sie drei spiele hintereinander müssen aber dann haben wir gleich eine karte huch da ist was da oben schuss drauf nein so 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 Können wir schon was machen? Die ist raus, das ist doch schon schlimm So, der ist auch weg So, mal gucken, wo bauen wir den Zimmer ein? Guck mal, das kann man ja so schön ausmachen Ach, das Timmel ist schon fast schon aus Aufgeraucht Der Jäkner Dann kommen wir jetzt noch ausmachen Wirkungstreffer Gegnerfahrzeug ausgeschaltet Wir kommen jetzt aber auch stattdessen Der Dreh ist da aber Oh, da steht der hinterm Panzer, der Sausage Was ist der? Was hast du denn hier? So, immer ein bisschen ein paar Stücke schwere Wand an der Abkringen Gucken wir mal, ob das klappt Cool, zieht den Meer hier hoch Los, machen Glendegang Oder aller Betrieb Das soll ihr helfen Ich krieg ja keinen Schuss drauf Oh, nicht auf den Okay, dann mal toben Juhuuu, also der Grund ist da halt der Lockierter, ja was? Die noch ein Stück Aal? Die noch ein Stück Aal haben Wir haben sie nicht mal angekratzt Okay, nein, ich habe mich nur auf geschossen Das habe ich ein bisschen was Mal wieder überlebt, gewonnen, im Gefecht Das hat doch was Überlebt Ja Da kommt noch nichts Ah, komm her, hier Hier Ich bleib dich hier nochmal, ne? Schön ein bisschen 7er fahren Na toll Ich hätte es sein lassen sollen Ich hätte es sein lassen sollen Da kommen wir gleich wieder Ach, ja Ach, ja Ach, ja Ich fühl mich hier draußen nicht wohl Ich fühl mich hier draußen nicht wohl Hier fällt aber nichts durch, ne? Kann das sein? Hier fällt aber auch nichts durch, ne? Was ist denn da durchgefloot? Ich schätze wo ich da stand, wie die Scheiße Was ist denn da? Hm Ich fühl mich hier gerade ganz umsonst Der ging voll durch ihre Panzerung Eigentlich doch, das war ja ganz umsonst Wirkungstreffer Von Chaos gefallen Signalreichweite verringert Wir haben sie nicht mal angekratzt Der ging nicht durch Wir haben das Ziel verloren Ladeschiff Wir haben sie tot Wir können nicht mehr so schnell schießen Wir können nicht mehr so schnell schießen So einfach mal hier durch Paldova Ich fuhl dich halt oben Nimm hier Mal an Nimm hier Das muss ich nicht wohl Ah, so, ich würde doch lachen. So, ganz beruhig da durchfahren, ein paar Erinnerungspunkte holen, Erfahrung. 9% Horsepower, ruhig hinzu und ein paar Punkte, nachts hier hinten alleine auf Werke, dann komme ich eh nicht mehr hin, das sollen hier hinten ganz alleine regeln. Ich mache hier einen schönen gemütlichen, besonnen mich, ich nehme meine Scheunten noch mal abschießen. Ah, so, das sind ja schon Regeln, hier sind sie schon drin, irgendwann Pünktchen. So, erledigt. Ja, total klasse wieder, ist doch gar nicht so verkehrt. Na, guck mal, da können wir ein Gefechtzeug auch noch mal fahren. Ach, da wegen des Dings, oh, wir müssen unser Kommandant von der Stand erst. Okay, gut. Aber, das habe ich gut hochgekriegt hier. Wird wohl nicht meckern. Nehmen wir dich hier noch mal, komm hierher hier. Gucken wir mal. Was wir nochmal so machen können. Ich fahre wieder da rüber. Oder, oh, hier fahre ich mal da rum. Bewegung! Wow! Oh, wie wird das? Ich fahre. Ich fahre. Schrauben jetzt nicht. Losern. Oh! Ich fahre. Oh! Schlag, ich fahre. Oh! Oh, ich fahre. Ich fahre. Oh! Oh! Na, krieg ich ja eins auch von mir zu, hm? Von hier kommt gar nichts, selbstverständlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Wirkungsdrecher! Periskop beschädigt! Wirkungsdrecher! Wirkungsdrecher! Der ging nicht durch! Der ging voll durch ihre Panzer rum! Wirkungsdrecher! 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 Tschau!